ach das ist das letzte rennen wurde das wenn abgehauen ist damals jetzt hat sich weil es sich auch immer mit karting ja war auch aber ich habe viele kopf wenn links so mal schauen aber jetzt mal ein paar punkte kriegen und ich weiß nicht vor allem sind beide gleichzeitig in die wand reingekappelt dass jetzt dies baut ist hat mich voll irritiert davon war sie nicht mehr da an der stelle naja aber gesagt heute ist hier einfach klappt nicht so wie ich das gerne hätte wo wo Da was bei Yvonne wieder gefögelt wird, unfassbar. Das ist ein Vergnügen. Das ist ein Vergnügen. Oh! Kannst du da mal rausgehen, Katze? Frisch gewaschene Wäsche. Ich bin schon wieder an der Gleisestelle. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020